Hallo und herzlich willkommen zu diesem ICA-Leaks-Video. Das ist ein Video, das sich mit den Tech-Trees und den bestehenden Schiffen von World of Warships befasst. Allerdings ist es möglich, mit einer Mod, die Extended Tech-Tree-Mod, auch Schiffe darzustellen, die es so noch gar nicht im Spiel gibt, bzw. im kleinen Zinsen natürlich schon. Aber man kann sie selber noch nicht erforschen oder erspielen. Und weil ich das selber sehr interessant und spannend finde, will ich euch das hier mal präsentieren. Und ihr seht, hier gibt es die Nationen, die derzeit so gesehen schon im Spiel integriert sind. Japan, USA, Russland, Großbritannien, Deutschland und Polen. Wie ihr wisst, Polen gibt es derzeit noch gar kein Schiff zu erspielen, die Deutschland nur die Tierpits. Aber dazu gleich mehr. Wir fangen einfach mal bei Japan an. Und zwar gibt es hier den Tier 2 Zerstörer Tachibana. Tier 2 Zerstörer Tachibana. In dem Fall ein Premium. Ob die auch dann im finalen Spiel immer so bleiben, ist alles nicht bekannt. Aber in dem Fall bei dem Schiff ist davon auszugehen. Die Tachibana hat 12 Schuss bei einer Turmdrehgeschwindigkeit von 16,4 Sekunden. Und ich klappe hier mal alles auf. 7.000 Strukturpunkte. Die Panzerung ist natürlich sehr reduziert. 5 Haupttürme, 2 Torpedowerfer. Die Torpedos machen einen Schaden von 6.133, 5 Kilometer Reichweite bei 44 Knoten und einer sehr ordentlichen Feuerrate von 2,7 pro Minute. Das entspricht so um die 22,23 Sekunden. 6,7 Kilometer ist die Reichweite der Kanonen. PS sind 9.500 und die Höchstgeschwindigkeit sehen wir sind 30,4 Knoten. Oberflächensichtbarkeit bei 5,4 Kilometer geht sie auf 2,3 aus der Luft oder Stellzeit sehr schnell mit 1,9 Sekunden und einem Wendekreis von 450 Meter. Wir sehen die Torpedos 2x2, mittig auf dem Schiff positioniert. Das heißt auf jede Seite kann man dann immer 4 Torpedos schießen, wenn dann auch nachgeladen ist. Und eben 5x eine Kanone mit jeweils 76 Millimetern. So, das war es zur Tachibana. Wir schauen uns hier nochmal die Optik an, gerade in Anbetracht dessen, dass im Forschungsbau noch eine Tachibana Lima enthalten ist. Die Tachibana Lima ist das gleiche Schiff, allerdings einfach nur mit einer anderen Bemalung. Wie kommt es dazu? Es gab in den USA eine Messe, die nennt sich PAX. Und auf dieser PAX wurden diese Schiffe vergeben, bzw. die wird es auch bei uns in irgendeiner Form mal geben. Für irgendwelche Belohnungen und Aufträge kann man da wahrscheinlich damit rechnen, dass man hier dieses Lima-Schiff bekommen wird. Nun geht es weiter. Und zwar, die Ishii-Tschuji ist schon im Spiel, die Yubari auch, die Iwaki auch. Die Kamikaze allerdings nicht. Kamikaze ist ein Tier 5-Zerstörer. Wir gehen erstmal auf die Werte ein. 11.100 Trefferpunkte mit 7,6 Kilometer Reichweite der Hauptpatrie. 4x1 Turm mit 120 Millimetern geschossen. Torpedo-Reichweite 7 Kilometer. 3x2 Torpedos. Vorne die 2, hinten die 4 in Summe. Das heißt, auf jede Seite bis zu 6 Torpedos schießbar. 37,7 Knoten, Ruderstellzeit 2,9, 550 Millimetern und Oberflächensichtbarkeit bei 6,2 Kilometern aus der Luft bei 3,1. Das heißt, bei dem ist es wieder typisch japanisch möglich, die Torpedos zu feuern, ohne dass man dabei gesichtet wird. Soviel zur Kamikaze. Dann gibt es noch die Kitakami. Kitakami ist ein sehr spezielles Schiff. Bevor wir aber darauf gehen, warum. 25.900 Struktur. Hierbei handelt es sich um einen Tier 8 Kreuzer. Die Reichweite der Hauptbatterie sind 13,8 Kilometer. Hat allerdings auch nur 4 Türme mit einer Kanone und 140 Millimeter. Das ist für einen Kreuzer da sehr unterbewaffnet. Wir kommen aber auch gleich zum Grund, warum das so ist. Die Sekundärbewaffnung ist auch noch vorhanden, allerdings nicht das Spezielle. Sondern das Spezielle kommt jetzt hier. 10 Kilometer Torpedo-Reichweite bei 10 mal 4 Torpedos. Auf jeder Seite gibt es 5 Torpederohre mit 4 Läufen. Beziehungsweise 5 Torpedotürme mit jeweils 4 Torpederohren. Das heißt, man kann in der Form 20 Torpedos auf eine Seite schießen. Problematik an dieser Torpedo-Arie, dass dieses Schiff im Beta-Test mehr Team-Kills verzeichnet hat als Gegner-Kills. Und aufgrund dessen ist gerade nicht bekannt, ob man damit weiterarbeiten wird, beziehungsweise ob man dieses Schiff mal wieder zur Verfügung stellen wird. Daran wird gerade noch überlegt. Wir haben 5 Schuss pro Minute bei 25,7 Sekunden Turmdrehgeschwindigkeit. Die Torpedos machen 14.400 Schaden bei 7 Kilometer Reichweite und eine gute Geschwindigkeit von 68 Knoten. Ansonsten die Torpedowerfer, Flak-Lafetten, alles schon besprochen. Höchstgeschwindigkeit 37,3. Die Oberflächensichtbarkeit liegt schon bei 11 Kilometer an. Und in dem Fall 7,4 aus der Luft. Ruder-Stellzeit 6,9 Sekunden, Wendekreis 640 Meter bei 31,9 Knoten natürlich. Das ist die Kitakami. Ein, wie gesagt, sehr, sehr, sehr spezielles Schiff. Ob wir sie irgendwann wiedersehen, steht noch in den Sternen. Von der Kitakami geht es jetzt zu einem Schiff, das wir bald im Spiel sehen werden, und zwar der Tone. Dabei handelt es sich um einen Tier-8-Kreuzer. Und ich würde sagen, ich gehe in dem Fall einfach mal von hier oben. Wir haben eine Kanone, 203 Millimeter, mit 4 Schuss pro Minute. Einer Dauer für eine 180-Grad-Drehung dieser sind 36 Sekunden. Die Tone hat 37.100 Struktur. Die Torpedos machen ordentlich Schaden, 17.233. 10 Kilometer Reichweite und 62 Knoten und etwas über 60 Sekunden Nachladezeit. Flugzeuge gibt es auch. Dann haben wir 15,3 Kilometer Reichweite der Geschütze. Wir haben 4x3 Torpedos. Wie man sieht, verstecken sich hier, hier und wo ist der dritte im Bunde? Ach, Entschuldigung. Natürlich, auf jeder Seite sind es zwei. Also in Summe 6 Torpedos könnt ihr hier abfeuern. Flakabwehr sehen wir hier nochmal. Höchstgeschwindigkeit beträgt 35,9 Knoten. 780 Meter Wendekreis. Ruderstellzeit 9,7 Sekunden. Oberflächen, Sichtbarkeit bei 12,2 und aus der Luft bei 8 Kilometer. Wie gesagt, dieses Schiff werden wir bald als Premium im Spiel dann auch sehen. Und ich glaube, mit dem Schiff kann man arbeiten. Auf jeden Fall aber eine Besonderheit, wie ihr seht hier hinten, sind keine Türme. Also alle 4x2 Türme befinden sich hier vorne. Sehr, sehr spannendes Schiff auf jeden Fall. Der Kaufpreis aktuell ist veranschlagt bei 10.000 Duplonen. Kommen wir zu den USA. Die USA hat noch die Marblehead sowie die Marblehead Lima. Wir schauen uns beide an. Hier ist die Marblehead. Die Marblehead hat eine 152 Milliliter Hauptbatterie. 8,6 Schuss in der Minute bei 24 Sekunden. Drehgeschwindigkeit für die 180 Grad Drehung. 27.000 Struktur. Auch hier sind Torpedos vorhanden mit einem Schaden von 6.233. Und 8,2 Kilometer Reichweite bei 49 Knoten. Sowie 1,6 Mal Schieß das Ganze in der Minute. 12,7 Kilometer schießen die 8x1 Türme, die das Schiff hat. 152 Millimeter eben. 8,2 Kilometer sind die Torpedoreichweite. Und wir haben ja gesehen, 2x3. Das heißt, auf jeder Seite einen Drilling, den er abschießt. Höchstgeschwindigkeit beträgt 34,3 Knoten. 600 Meter ist der Wendekreis. Ruderstellzeit 7,8. Aus der Luft wird man bei 6,7 Kilometern gespottet. Ansonsten bei 13,5. Die Marblehead. Die Marblehead Lima gehen wir natürlich etwas schneller durch. Weil ansonsten auch hier bleibt alles gleich, bis auf die Farbe, die sich hier in dem Fall verändert. Die Marblehead Lima. Nun, hier gibt es ein Schiff, den Tier 10 Kreuzer Buffalo. Wohin dieser genau einzuordnen ist, kann ich euch gar nicht sagen, wie das in den Tracktree kommt und was damit geplant ist, weiß ich leider selber nicht. Nichtsdestotrotz schauen wir uns doch hier auch mal die Werte an. 152 Millimeter Kanonen, 8,6 Schuss bei 24 Sekunden für die Drehgeschwindigkeit. Die Torpedos machen 6.233 Schaden, 8,2 Kilometer bei 49 Knoten und 1,6 Schuss. Feuerreichweite 12,7, beziehungsweise Halt. Ich sehe gerade, das ist ja noch die Marblehead. Und vielleicht, die Buffalo hat noch gar keine Werte. Das ist ja spannend. Dann, äh, beziehungsweise eigentlich schon. Wird hier oben aber nicht angezeigt. Das ist interessant. Also, da müssen wir uns von diesen Werten hier oben verabschieden, sondern wir stürzen uns hier drüben, weil da ist zumindest die richtigen Werte, wie ich sehe. Die hat aktuell 48.600 Struktur. Wieder in dem Fall ein Flugzeuggeschwader dabei. Die Reichweite der Feuerbatterie, und das macht auf jeden Fall mehr Sinn für ein Tier 10, sind 15,7. Wir haben 4 mal 3 Geschosse mit jeweils 203 Millimetern. Also vorne zwei Türme und hinten zwei Türme, wie wir sehen. Natürlich Sekundärbewaffnung. Die Torpedos kommen 6,4 Kilometer und 2 mal 4 Torpedos, die abgeschossen werden, sehen wir hier. Flakbewaffnung, 33,4 Knoten Endgeschwindigkeit, 690 Meter, der Wendekreis, Ruderstellzeit 11,2 Sekunden und wird gespottet bei 13,3 Bedingungen aus der Luft bei 10,2 Kilometer. Wie gesagt, leider kann ich euch sonst nichts dazu sagen, aber ich denke, ein sehr interessantes Schiff und hier können wir uns darauf freuen, wie das ins Spielfinale kommen wird. Nun von den USA gehen wir weiter Richtung Russland. Und hier sehen wir nochmal den Tech Tree der Russen im Überblick. Aber da ich euch die ja schon in einem Video ganz explizit vorgestellt habe, sparen wir das an dieser Stelle aus. Da gibt es aber auch trotzdem noch was Neues und zwar die Diana kennen wir, die Diana Lima kennen wir nicht. Deswegen auf die Stats gehe ich nicht ein, weil die Diana ist bei uns bekannt. Auch schon oft genug gezeigt worden, auch auf meinem Kanal. Aber als Lima wollen wir uns da zumindest mal kurz die Optik anschauen. Die Diana Lima. Nun zu einem Schiff, was es wieder so noch nicht im Spiel gibt, beziehungsweise was neu für uns sein wird. Die Kaiser Nikolai. Die Kaiser Nikolai hat eine sehr interessante Überwaffnung. Es handelt sich hier um ein Tier 4 Schlachtschiff. 305 Millimeter geschossen mit 1,7 Schuss in der Minute, also eine sehr verhältnismäßig lange Nachladezeit, über 30 Sekunden. 56,3 Sekunden für die Drehgeschwindigkeit. Der Rumpf hat 44.800 Hitpoints. Wir kommen damit 14,1 Kilometer weit. 4 mal 3, wie ihr seht. Hinten praktisch einer nach hinten und drei nach vorne ausgerichtet. Sekundärbewaffnung 20 mal ein Rohr mit auch dann nochmal 130 Millimeter. Also im Nahkampf könnte auch die sehr stark und sehr interessant wehtun. Die Flakbewaffnung ist sehr reduziert. Höchstgeschwindigkeit 23,3 Knoten. Der Wendekreis liegt bei 660 Metern. Die Ruderstellzeit bei 12,8. Wird gespottet bei 12,8 Kilometern. Oder aus der Luft bei 10,4. Die Kaiser Nikolai wirkt aktuell bei einem Kaufpreis von 3.500. Ansonsten alles andere ist hier soweit bekannt. Dementsprechend springen wir weiter. Ihr seht, bei der Royal Navy gibt es noch nichts außer die Warsfight. Nun kommen wir zu Deutschland. Deutschland haben wir den Kreuzertag-Tree auch schon einmal im Überblick gesehen. Dementsprechend sparen wir uns auch das hier an dieser Stelle aus. Aber die Hintenburg will ich euch noch einmal zeigen. Auch wenn sie zur Tierpitz aktuell baugleich ist bis auf die fehlenden Torpedos. Aber nichtsdestotrotz, es ist die Bismarck. Und die darf nicht einfach ignoriert werden. Deswegen gucken wir uns die auch nochmal derzeit an. So wie sie im Spiel derzeit enthalten ist. Was aber vielleicht sich noch verändern kann. 69.200 Hitpoints. 21,2 Kilometer Reichweite. 4 mal 2 Kanon mit 380 Millimeter. Aber das kennen wir ja alles von der Tierpitz schon. Wie ihr seht, eben keine Torpedos am Start. Manövrierbarkeit. 30,9 Knoten Endgeschwindigkeit. Wendekreis 850 Meter und eine Ruderstellzeit von 16 Sekunden. Gespottet wird sie bei 16,2 oder aus der Luft bei 14,7 Kilometer. Aber trotzdem immer wieder imposant dieses Schiff zu sehen. Nun sind wir auch schon fast durch. Aber ein Schiff, was noch ganz speziell kommt und auch in Bälde erscheinen wird, ist die Plischkawica. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Und zwar handelt es sich dabei um den Tier 6 Zerstörer der Polen. Wir haben 120 Millimeter geschützt, schießt 9,2 Schuss pro Minute, 18 Sekunden Drehgeschwindigkeit. Wir haben 15.500 Hitpoints. 14.400 Schaden macht sie mit den Torpedos bei einer Reichweite von 8 Kilometern. Torpedogeschwindigkeit 57 Knoten. Und knapp alle 60 Sekunden ein wenig darüber schießt sie diese ab. Die Feuerreichweite der Hauptbatterie beträgt 12 Kilometern. Wir haben einmal einen Turm mit 120 und 3 mal 2 mit 120 Millimeter. Also ihr seht, in dem Fall vorne 2, hinten 2. Müsste sogar der gleiche sein. Eine interessante Aufteilung, warum das hier so getrennt ist. Also in dem Fall meines Erachtens 4 mal der gleiche Turm mit jeweils 2 Kanonen. Ne, Entschuldigung. Da vorne hat nur eine Kanone. Also daher die unterschiedlichen Aufteilungen. Die Hauptbatterie vorne ist einmal er und die 3 mal die 2 ist einmal hier und zweimal hinten. 2 mal 3 Torpedos feuert das gute Stück ab, sind aber in der Mitte positioniert. Also dementsprechend bis zu 6 auf einen Gegner abschießbar. Höchstgeschwindigkeit liegt bei 39,4 Knoten. Der Wendekreis beträgt 610 Metern und eine Ruderstellzeit von 5,8 Sekunden. Oberflächensichtbarkeit bei 7,7 Kilometer. Also knapp, bevor man die Turpedos loskommt, knapp danach wird man dann aufgedeckt. Beziehungsweise muss man dann dementsprechend timen. Und aus der Luft bei 3,8 Kilometer. Dieses Schiff wird aktuell... Oh, kein Kaufpreis leider. Kann ich euch also von dem her noch gar nicht sagen, wo das liegen wird. Aber trotzdem denke ich, sehr spannend. Ja, das war dann dieses Video zu IK Leaks. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, lasst mir doch gerne einen Daumen da und natürlich auch eure Meinung zu diesem Video und besonders auch den darin gezeigten Schiffen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.